Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sein Diner und Gesandter ist. Allahum aj'al amalana kullahu saliha, waj'al hu li wajhi ka khalisa, wala taj'al fihi li ahadin ghayri ka shay'a. Geliebte Geschwister im Islam, und wir lieben es, diese gläubigen Gesichter zu sehen. Und wir sagen euch vorab, nu hibbukum filla, wir lieben euch für Allah subhanahu wa ta'ala. Und unser größter Wunsch ist, dass wir gemeinsam alle das Paradies betreten. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er eine jede Seele, in der Gutes zu finden ist, dass er sie zum Islam leitet. Allahumma amin. Ich möchte heute über eines der wichtigsten Themen mit dir sprechen. Und verzeih mir, dass ich dich direkt anspreche, aber wir lieben es, von Herz zu Herz zu reden. Und wir mögen es als Muslime, dass wir wahrhaftig sind und dass wir einander nicht betrügen. Und heutzutage in dieser Zeit der Verwirrung wird man oft betrogen und man bekommt etwas erzählt, was subhanallah, einen ganz anderen Hintergrund hat. Und ich möchte das auf eine ganz andere Weise mit dir machen, oh Dina Allahs. Und ich frage dich vorab, was ist die größte Gnade, die Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat? Einer wird antworten, Alhamdulillah und er dankt Allah subhanahu wa ta'ala und er sagt, ich habe viel Risk bekommen, ich habe viel Geld bekommen, viel Vermögen bekommen. Ein anderer wird sagen, Alhamdulillah, ich habe eine Frau, mit der ich zufrieden bin. Oder sie sagt, ich habe einen Mann, mit dem ich zufrieden bin. Und einer wird sagen, meine Kinder, ich liebe sie so dermaßen, dass ich sie niemals eine Sekunde vermissen möchte. Und einer hat ein Auto, welches er sehr begehrt. Und ein anderer liebt dieses und jenes. Jeder wird eine Gnade anders definieren. Aber wenn du ihn fragst, ist das die größte Gnade? So musst du als Muslim die richtige Antwort dafür finden. Du siehst Leute, die heute traurig sind, weil sie dieses und jenes nicht besitzen. Ich habe keine Frau, ich habe keine Arbeit, ich habe nicht den gewünschten Job, den ich mir wünsche. Er kritisiert alles, dass er bestimmte Sachen nicht besitzt, oh Diener Allahs. Höre diese Überlieferung, die bei Allah ab heute unser Leben, wenn wir noch Leben in unserem Herzen haben, verändern wird. So berichtet Anas ibn Malik, radiallahu anhu wa Allah. An den Nabi, sallallahu alayhi wa sallama, keiner yaqul. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, er berichtet, dass der Gesandte, sallallahu alayhi wa sallama, sagte, Yujjau bil kafir, yawmal qiyama. Am Tage der Auferstehung wird einer herbeigebracht, der nicht an Allah und den Gesandten Muhammad, sallallahu alayhi wa sallama geglaubt hat. Ein Ungläubiger, ein Glaubensverweigerer. Und das wird am Tage der Abrechnung sein, oh Diener Allahs. So wird zu diesem Diener gesagt, wenn du die gesamte Erde besitzen würdest, und diese würde aus Gold bestehen, überlege, die gesamte Erde. Wallahil adim, wir wissen nichts über diese Erde. Das gesamte Universum wäre in Gold. Nicht in Silber und nicht in Bronze und nicht in Kupfer. Es wäre in Gold dir gegeben worden. Wärst du bereit, dieses heute zu spenden, dieses Vermögen aus Gold, was die gesamte Erde umfasst, um dich heute von der Strafe freizukaufen. Das ist ein Käfer, der seine Bestimmung bekommen hat, wo er die nächste Zeit für Ewigkeit verweilen wird. So wird er sagen, naam, ich wäre bereit, das alles für Allah subhanahu wa ta'ala herzugeben, damit ich heute von der Strafe freigekauft werde. So wird zu ihm gesagt werden, Du wurdest nach etwas gefragt, was leichter, weniger war als dieses, dass du nur La ilaha illallah sagst. Allah tuschrika bi shay'a, dass du mir keinen anderen Gott zur Seite stellst, verabeyt, du aber hast es abgelehnt. Ein Diener wird vor dem Höllenfeuer gestellt und sein Ausgang ist die Hölle. Allahumma najjina minan nari, ya rabbal alamin, ya alhamma rahimin. Und dieser hat eine einfache Frage bekommen. Hättest du noch gelebt und diese gesamte Erde aus Gold besessen, hättest du das heute alles hergegeben, damit du dich freikaufen kannst von der Strafe? So sagt er, was bleibt mir anderes übrig? Natürlich wäre ich dazu bereit gewesen, Allah wollte gar nicht dieses gewaltige Vermögen von dir. Allah wollte nur La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und alle, die hier sitzen, sagen, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und damit kehre ich zurück zu meiner Ausgangsfrage. Was ist deine größte Gnade, Yaachi? Kannst du die gesamte Erde aus Gold mit deinem Problem wiegen? Bei Allah, nein. Ist die gesamte Erde aus Gold weniger wert als ein Auto, was du dir wünschst, als das Geld, was du dir wünschst, als deine Kinder, was du dir wünschst? Diese gesamte Erde aus Gold ist ein gewaltiges Vermögen. Ein Käfer wird es hergeben wollen, Yaumul Qiyana, damit er sich von der Strafe freikauft. Allahu Akbar. Und dieser hätte es so leicht haben können, indem er in dieser Dunja einfach nur bezeugt hätte, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und dann würde von ihm nicht verlangt werden, dass er die gesamte Erde voller Gold hergibt. Das ist alles. Und ich frage dich noch einmal, was ist das Wertvollste, was du besitzt? Wallahi, wie viele meckern in dieser heutigen Zeit. Wie viele sind unzufrieden in dieser heutigen Zeit und sie wissen nicht, dass sie das Gewaltigste besitzen, was ein Mensch nur besitzen kann. Was ein Mensch nur besitzen kann. Und daher, Yaakil Karim, wisst ihr eine Sache, du wirst die wenigsten Leute finden, deren ganzer Stolz der Islam, die Religion des Islam ist. Du wirst die wenigsten finden. Viele sagen dir, Alhamdulillah, ich bin Muslim, aber du siehst, er hat Dinge, die mehr wert für ihn sind als der Islam. Und das merkst du daran, wenn er bestimmte Sachen nicht bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist er unzufrieden. Er sagt, warum habe ich dieses oder jenes nicht bekommen? Aber er fragt sich nicht, Alhamdulillah, habe ich das Gewaltigste bekommen, was Allah mir nur geben konnte. Und das ist der Islam. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allahumma ja'alna min al muwahidin, ya rabbal al-alamin. Das ist das Gewaltigste, was du bekommen hast. Und ich möchte, dass du und ich ab heute uns nicht mehr beschweren über Dinge, die wir nicht bekommen haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß, warum er dir und mir bestimmte Dinge nicht gibt, weil wir damit nicht umgehen können. Allah liebt uns, deswegen hat er uns bestimmte Sachen nicht gegeben. wie der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte, inna allaha ta'ala la yahmi abdahul mu'mina dunya wa huwa yuhibbo kamma tahmuna maridakum ut ta'ama wa sharaf tahafuna alayhi. Allah, er, höre zu, damit du verstehst, warum Allah subhanahu wa ta'ala dir manche Dinge von der Dunya nicht gibt, Allah schützt seinen Diener, ihm bestimmte Dinge von der Dunya zu geben, während er ihm liebt. Allahu akbar. Das ist nur ein Ausdruck der Liebe Allahs an dich, dass er dir nicht zu viel Geld gegeben hat, mit dem du nicht umgehen kannst. Dass er dir nicht diese oder jene Frau gegeben hat, mit der du nicht umgehen kannst. Dass er dir dieses oder jenes Kind nicht gegeben hat, mit dem du nicht umgehen kannst. Das ist die Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagte uns alayhi salatu wa salam, er gibt euch diese Dinge nicht, Allah azawajal, genauso wie ihr auch einen Kranken nicht alles zu essen und zu trinken geben würdet, aus Angst, aus Sorge, dass ihm was passieren kann. Walillahi al-methalul a'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, gehört das höchste Beispiel. Nachdem wir verstanden haben, dass der Islam die größte Gnade ist, liebe Geschwister, lasst uns einer Überlieferung zuwidmen, die sahih ist, damit wir noch unterstreichen, wie viel Wert der Islam überhaupt besitzt. Du und ich, wir sind Sünder und wir haben zu viel an Sünden gemacht, so dass es ausreichen würde, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns vernichtet. Aber er ist der Al-Abarma, der Barmherzige. Allahumma tuba alayna, ya Rabbil Alamin. Allah azawajal, er hat es nicht eilig mit der Strafe, sondern er gibt einem jeden Diener die Möglichkeit, dass dieser Rösch zu ihm zurückkehrt, auf das Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergeben mag. Jaa Shaykhun Kabirun ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Einmal kam ein alter Mann, er war so alt, sein Name war Abu Tawil, dass seine Augen schon nach unten heruntergesagt sind. So alt war er. Faqala ya Rasulallah, so sagte er, oh Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam. Rajulun ghadara wa fajar wa lam yada haja wa la daja illa qtata faha biyamini Eine Person, ich will es mal so grob übersetzen, hat alles an Sünden gemacht. Klein und groß und groß und klein. Er hat nichts von den Sünden ausgelassen in dieser Dunja. Alles, was man an Sünde machen kann, hat dieser gemacht. Und er sagte, dieser alte Mann, damit er dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam seine Situation mehr verdeutlicht, lau qussimat khati'atu beina ahlil ardu lau baqathum Wenn die gesamten Sünden von dieser Person, der so viel an Sünden gemacht hat, wenn alle seine Sünden über alle Erdenbewohner, Allahu Akbar, 6 Milliarden, 7 Milliarden, 8 Milliarden, über alle Milliarden von Bewohnern verteilt werden, würden die Sünden, so würde es für einen jeden Einzelnen reichen, dass Allah ihn vernichtet. Allahu akbar. Eine einzelne Person macht nicht so viele Sünden, aber dieser alte Mann hat so viel an Sünden gemacht, dass es ausreichen würde für die gesamten Erdenbewohner, dass ein jeder vernichtet wird für die Anzahl dieser Sünden. So fragte er ihn die entscheidende Frage, hat er eine Taube, gibt es für ihn eine Reue für diesen Mann? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wusste, dieser Mann redet über sich, obwohl er erst mal in der dritten Person geredet hat. Er sagte zu ihm, hast du den Islam angenommen? So sagte der Mann zu ihm, was mich anbelangt, oh Gesandter Allahs, so bezeuge ich, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf und Allah alleine gehört die Herrschaft und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Wie war die Antwort vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Er sagte zu ihm, fa inna allaha gafiru lak ma kunta kathalik Allah hat dir bereits alle Sünden vergeben, die so viel waren, dass sie reichen würden, jeden einzelnen Erdenbewohner zu vernichten. Noch mehr wa mubaddilun sayyiatika hasanat und Allah hat die gesamten Sünden, die du gemacht hast, zu guten Taten umgewandelt. Dieser Mann hat es nicht geglaubt. Er sagte, ja Rasulallah, als ob er ihn sagen wollte, ja Rasulallah, ich verdeutliche dir nochmal meine Situation, vielleicht hast du einen Teil nicht verstanden. Er sagte, wa gadarati, wa fajarati, meinst du wirklich alle Sünden, die ich gemacht habe, oh Gesandter Allahs? So sagte er zu ihm, wa gadaratak, wa fajaratak, alle deine gesamten Sünden sind dir vergeben worden, seien sie groß oder klein. Dann ging dieser Mann hinweg, indem er sagte, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Das war die schönste Botschaft für ihn und diese Botschaft übermittle ich euch. Ihr habt alle la ilaha illallah gesagt, also seid ihr wie idnillah samil alim auf dem Stand von diesem alten Mann. Allah hat euch bereits alle Sünden vergeben. Möge Allah uns nur mit einer aufrichtigen Taube sterben lassen. Akuulu qawlihada wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahuhu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahi robbilalamin wal'aqibatu limuttaqeen wal'audwana illa ala al-zhalimeen wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shalika la wa ashhadu anna muhammadan abidu wa rasuluh damit wir uns nicht falsch verstehen O Diener Allahs Allah kann dir in diesem Leben alles nehmen auch Dinge die du liebst sogar sehr liebst das bedeutet nicht dass Allah dich nicht liebt Allah könnte dir dein gesamtes Vermögen nehmen oder er könnte dir eine Krankheit geben die so schmerzhaft ist für dich dass du sehr sehr große Probleme damit hast Geduld dafür zu zeigen Allah könnte eine Frau oder ein Kind von dir sterben lassen dieses alles ist kein Beweis dafür dass Allah dich nicht liebt nein solange Allah subhanahu wa ta'ala dir den Islam lässt dich damit leben lässt und sterben lässt wisse er liebt dich denn alles was Allah dir nimmt in dieser Dunja so wirst du besseres dafür bekommen entweder schon in dieser Dunja oder im Paradies Yachi willst du mir sagen dass deine Frau in dieser Dunja vergleichbar ist mit der Frau im Paradies mit der Hurul A'in willst du mir sagen dass dein Haus vergleichbar ist mit dem Haus im Paradies willst du mir sagen dass deine gesamten Genüsse in dieser Dunja vergleichbar sind mit den Genüssen im Paradies bei Allah nein solange Allah dir eine Sache von der Dunja nimmt habe keine Angst und denke nicht schlecht über Allah im Gegenteil er liebt dich wie wir das in der Überlieferung vorher gehört haben er hat die Weisheit und deswegen ein Gläubiger auch wenn er den Plan Allahs nicht kennt so vertraut er auf Allah dass Allah nur das Beste mit ihm vorhat Allah könnte dir alles nehmen aber pass auf dass er dir nicht den Islam nimmt pass auf dass er dir nicht den Islam nimmt weil diesen kannst du mit nichts ersetzen höre was Allah der Allmächtige im Koran sagt Wer von euch dann die Religion des Islam verlässt ist das bei manchen Leuten passiert deswegen weil Allah sie nicht liebt und wer von euch die Religion des Islam verlässt und als Kafir stirbt nicht als Muslim als etwas anderes so werden alle seine Taten in der Dunja die er gemacht hat wenn er auch vorher als den besten Muslim gelebt hat so werden alle seine Taten in der Dunja und in der Akhirah gelöscht und er gehört zu den Leuten des Höllenfeuers auf ewig darin zu bleiben alles kann Allah die ersetzen spätestens im Paradies aber wenn wer soll dir dieses ersetzen wer soll dir dieses ersetzen und wenn du dein Leben betrachtest Allah hat dir das Schlechte mit dem Guten eingetauscht Subhanallah wie hast du früher gelebt du warst eine Person der nur seinen Gelüsten gefolgt ist du wusstest nicht was Iman was Glaube bedeutet als Allah dir nach einem Leben der Jahiliya und du hast wirklich alles an Sünden gemacht was du machen konntest aber sei ehrlich warst du zufrieden die Antwort ist nein ansonsten hättest du nicht bereut und einen anderen Weg eingeschlagen denn nicht die Sünden machen dich glücklich es ist alleine nur der Glaube Es ist nur der Iman und diesen Iman hat Allah eingetauscht mit dem Kuffer und dem Schirk dem Unglaube der vorher in deinem Herzen gewesen ist Allah hat deine Gelüste dass du morgens und abends nur hinter den Frauen her bist hinter dem Geld her bist hinter deinen Gelüsten her bist Allah hat diese Dinge eingetauscht in Gehorsamkeit ihm gegenüber Subhanahu Allah Subhanahu hat er führt dich morgens aus deinem Haus heraus zu einem besseren Haus zu seinem Haus in die Moscheen Allah Subhanahu hat die er am meisten liebt Allah möchte für dich das Beste in der Dunja O Diener Allah deswegen renne nicht hinter deinen Gelüsten her es gibt viele Leute die sich den Drogen zuwenden es gibt viele Leute die sich der Sinna zuwenden dass sie mit Verboten dass sie mit fremden Frauen etwas tun es gibt viele Leute der die gesamte Zeit nur mit Dingen beschäftigt ist die Sünde gegenüber Allah sind ich sage dir hast du nicht die Ayah im Koran gelesen Allah möchte euch vergeben das ein Angebot von Allah Allah möchte euch aber vergeben bist du bereit das einzutauschen die Vergebung Allahs für deine Gelüste Allah kommt dir entgegen er weiß dass du ein schwacher Mensch bist er weiß dass du ein schwacher Diener bist genauso wie ich deswegen gibt Allah dir die Gelegenheit dass du bei ihm bereust und du sagst ja Allah ich möchte nicht deine Reue ich möchte mich lieber mein Gelüste zu wenden ist das der Dank gegenüber Allah Allah möchte euch vergeben aber diejenigen die euch vom Weg abirren sie haben etwas ganz anderes mit euch vor darum sieht euch vor ihnen vor möge Allah unsere Herzen reinigen Allahumma taher qulubana Allahumma nawwri qulubana Allahumma thabbit ala imani qulubana möge Allah uns die Gnade des Islam erkennen lassen und uns diese Gnade mit nichts anderem eintauschen lassen wa akhiru da'wana an alhamdulillahi robbil alamin Allahumma salli wa sellim wa barik ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa kumu ila salatikum